Okay, wir mal hier rein. Zu der Katze. Wow! Du bist doch wahnsinnig! Tickst du auch nicht mehr? Schmeißt du mich schon in der Leiter? Und jetzt bist du ganz brav da, als hättest du nichts getan. Ich hab einfach nichts getan. Digga! Alter, du bist doch... Wahnsinnig, ehrlich. Schieß mal ein Foto von dir. Ja, sorry. Kein Film drin. Wir brauchen jetzt erstmal einen Film. Und ehrlich, du kannst jetzt auch da runter fliegen. Oder so bleiben. Es ist kaputt. Okay. Filmprojektor. Filmprojektor. So, Elvis. Jetzt machen wir mal ein Foto von ihr. Oh, wie süß. Digga, das Bild... Ja, äh... Ja, äh... Sieht gut aus, ne? Also... Jetzt werden wir das noch schön... ...entwickeln. Hä? Unentwickelte Filme hier rein. Ja, hab ich doch gemacht. Hä? Wie oft muss ich das machen? Hä? 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 Ah. Digga, wie oft muss ich das jetzt machen? Ah, warte mal. Ist das auch mal irgendwann fertig? Ach, jetzt auf einmal geht das. Du wirst mich doch veräppeln. Oha. Achso, ja, sorry, warte. Äh, ich bin manchmal ziemlich lost, aber ist okay. Oh mein Gott, komm, Elvis. Guck mal, da bist du. Da. So. Entdecke die Geheimnisse der Fotografie. Oh mein Gott. Die Geheimnisse. Die Geheimnisse, okay. Das Kind zeigt nach links. Ist hier irgendwas? Da krieg ich ja die Augen, ne? Was ist, wenn ich das hier reinschweiß? Was? Äh. Oh, dass die Tür so gut... Komm mal mit Elvis, ich glaub ich brauch dich. Oh nein, hab ich das Bild kaputt gemacht? Ach, Mann. Ach, Mann. Machen wir nochmal ein Bild. Elvis, wir haben noch ein Bild. So. Ach ja. Er ist hier rein. Stimmt ja. Ja. Komm mal. Komm da her. Mehr Fotos machen. So, jetzt machen wir mehr Fotos. Danke. Und jetzt schieben wir das da rein. Digga, der glüht ja richtig. Okay. Alles gut? Okay. Machen wir mehr Fotos, ja? So, Elvis. Sag mal. Tschüss. So, Elvis. Warte. Ich komm gleich, ja? So, Elvis. Warte. Ich komm gleich, ja? Das ist doch rein jetzt. Und was passiert jetzt? Hey. What the fuck? Jetzt ist alles wieder ganz. Hey. Check ich das? Oder check ich das nicht? Ey, Elvis, wir machen nochmal ein Foto. Ey. Digga. Ah. Guck mal. Ich darf mal nochmal ein Foto machen. Von Elvis. Guck mal. Die Bilder sieht man gar nicht. Oh. Falsch. Ach Digga. Oh. Komm her. Nein. Ach, wieder falsch, ey. Warte, das kriegen wir nicht hin. Warte, muss ich das wieder rein? Nein. Jetzt klappt das. Ah, jetzt funktioniert's. Okay. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Und was sehe ich da? Oh. Oh. Wow. Ah, jetzt sehen wir die Bilder auch. Interessant, interessant. Wir machen jetzt noch ein Foto. So. Was passiert, wenn ich denn jetzt einfach hier so ein Foto mache? So ein Schieße. Was passiert? Neugierig. Schmeiß mir die aus. Entwickeln. Reintun. Ja, gut. Jetzt kann man ja noch fotografieren. Ey. Ey. Die Tür. Wenn das geht. Ne, geht nicht. Sollen wir denn überhaupt noch fotografieren? Ah, ne. Okay. Die Resten. Ne. Okay. Ah, war doch richtig die Wand. Entity. Rea. Rea. Aber sie sieht tot aus. Aber wir machen ein Foto. Wie sie aussah. Vielleicht hilft das. Ja. Schmeiß mal rein. In diese Kiste. Super. Und hier einmal rein. So. Jetzt wollen wir mal. Ich hoffe, du lebst jetzt. Oh. Das hat funktioniert. Jut. Jut. Komm mal her. Ich brauche. Da bist du ja. Ich brauche dich mal. Oh. Ehrlich. Du bist ein guter Kamerad. Selbstbereit. So. Der nächste Trank braun. Okay. Das heißt, ich muss jetzt hier zurück. Hä? Willst du dich verarschen, Baby? Naja. Okay, Baby. Alles gut. Guckt mich bitte nicht so an. So. Wir schmeißen das hier rein. Wir aktivieren die Scheiße. Und. Lassen es laufen. Mussten wir das auch noch aktivieren? Oh. Wir machen das einfach. Wir machen das einfach. Boah. Boah. Digga. Oh. Jetzt habe ich das schon wieder kaputt gemacht. Ey. Willst du dich so trinken? Elvis. Was passiert mit dir? Digga. Du leuchtest. Digga. Wir haben aber kein St. Martin. Digga. Was passiert? Was? Alter. Elvis. Elvis. Verdammte. Was passiert, wenn ich dich da reinschmeiße? Uh. Lustig. So. Irgendwie. Möchte ich das noch einmal. Sehen. Uh. Boing. 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 Ist das cool. So. Ennecke die korrekte Rezeptur. Das ist das hier, ne? Ich weiß. Okay, wir müssen Das Also jetzt erstmal blau Dann rot Und dann Ja, wir brauchen lila An sich Und das ist das hier Okay, das ist zum schweben Okay Und dann Wenn wir grün noch mit Aktivieren oder Sagen wir mal Produzieren Dann haben wir eine Mischung von Jetzt bin ich gespannt Ich vollidiot Dann haben wir eine Mischung von Ach gut, ich hab alles Kaputt gemacht, tut mir leid Äh Nein, stopp Stopp, stopp, stopp Irgendwas war ich falsch Ich bin verdippert So, äh Ne, wir brauchen die eine Pflanze Wir brauchen das lila Wo finde ich die Die ist Gesperrt Die Tür geht immer noch nicht so richtig auf Von Ja, ich muss bis